hey dear what's up genossen hier ist Jack von Jack in the Game weiter geht es mit wie wir in unserem Display Projekt so wir haben ja Joseph vorhin gesehen da war dieser Straßenbahn da oben die die Frage ist jetzt wird das unser nächstes Transportmittel oder was da ist nix drinnen wow Kollege nicht mit mir ne was müssen wir denn jetzt überhaupt ach ja klar ja warum nicht sicher gewesen so weiter geht's aber dieser muss ich sagen munition technisch sind wir joseph joseph ja Kapitel 11 überlebt weiter geht's spiel speichern kapitel 12 die fahrt ok freu mich schon thank god you're all right how did you get here it wasn't easy at least I haven't had any more episodes I wish I could say the same hey I think I might have found us some transportation yeah yeah this thing gonna run only one way to find out kid man kid man what are you doing what are you doing you got to be joking man you got to be joking man man Ah! Okay, Munition. Ganz schön viel Munition. BAM, BITCH! Äh... Weiterfahren? I don't know how long we'll be safe here. Now what? Sebastian! They're above us! Watch out! They've got dynamite! The enemy to the right! The enemy to the right! Lege to the right! Wir müssen in den Köln kommen. Sie schießen von außen. Sehr schön! Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. More of them! He's down! He's down! Okay, come on, come on. I'm just going to say that. You're gone! Ah. The enemy out front! Leave these ones to me. Oh, knife. Oh, nice. It was a close one. Okay. Irgendwas sagt mir, dass das Vieh gleich von hinten kommt. Keep us to the left up here. Yep. Okay. Okay. Ah! Get down! You have to miss me. Get down! Right! Geh das Ding an! Ja, kann ich sein, Cd. was where are we heading joseph I've got a theory we seem to be moved around an awful lot almost as if by someones will so it's nearly impossible to get any sense of the geography around here but the light Beacon Mental Hospital. Es ist immer in der Distanz. Diese Sache, die du mich mitgebracht hast, habe ich gesehen in mehr als einer Ort gesehen. Ja, so habe ich. Es scheint, dass es die gleiche, aber es ist schwer zu sein. Das, was ich habe gesehen, ist, dass ich jeden Tag, wenn ich einen rauskriege bin, ich bin näher zu der Lighthouse. Es könnte sein, aber wie ich gesagt habe, es scheint, dass es eine Art Intelligenz hinter mir ist. Also, du denkst, dass wir uns auf den Weg gehen und einfach nach dem Hospital gehen? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der rechte Seite sah, wie es direkt nach dem Hospital ging. Just, nein! Just, geh uns aus hier! Es ist eine Ambulanz da. Es könnte ein bisschen wie ein Kind der First Aid. Ich gehe. Nein, ich mache es. Nicht, keine von ihnen auf dem Board. Verdammt, doch, diese Schweine. Ich habe eine Munition, wie egal. Es ist ein кус, wer die Okay. Wir müssen nur warten. Okay, cool, 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 alles cool, alles cool. Was sag ich dir, alles cool. Okay. 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 Wir haben es ein bisschen taktischer gemacht, dann wohl. Okay. Ah, okay, da kommen wir nicht durch. Ja. Ja. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Alles koscher, alles koscher! Nein, nein. Oh, voll, Gott. Oh, 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 Gott. Entschuldigung Das ist cool. Boah. Kantenwichser. Ah, wenigstens noch einen Schuss bekommen. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Dummes. Jotisches. Street. Okay. Yeah. Kartenfakt bei 24. Blutstillender Verband. So, wir werden mal gucken, ob ich irgendwo noch Munition muss und ich habe. Oh, 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 oh. Woah. Oh, 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 oh. Oh, they're goingもし LinkedIn. Oh, that a- All right. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das war's für heute. Okay, ähm. Alter, ernsthaft? Okay, der Part endet hier schon wieder, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Bis zum nächsten Mal. Euer Jack.